Der innere Zirkel hat eine Entscheidung gefällt, Slavik. Kabal ist zu gefährlich und muss deaktiviert werden. Ohne Cain, der ihn kontrolliert... Nein, meine werten Generäle, das werde ich nicht zulassen. Mein Überleben ist das einzig Wichtige. Kabal, vergiss nicht, dass ich dich reaktiviert habe. Ich kann dich ebenso leicht wieder deaktivieren. Was sie auch tun werden, Slavik. Kabal kann sich nicht gegen Not stellen. Er darf nicht... Die Bruderschaft ist eine evolutionäre Sackgasse. Ich bin der einzige Garant für den Fortbestand der Herrschaft von Not. Ab heute ist das meine Welt. Kabal, halt! Deaktiviert Kabal! Sofort, hört ihr nicht, abschalten! Lausche dem Klang deiner eigenen Ausrottung, Mensch. Keine Verbindung ist unterbrochen, ihre noch nicht. Ziehen Sie Ihre Truppen zurück, so viele sie können. Wenn wir starten, stirbt Gänzvermächtnis mit uns. Los!